15 Jahre in etwa hat dich dann der Schwimmsport ganz intensiv sozusagen in deinen Bank gehalten. Am Anfang nur mit normalen Trainings und dann so ab dem Jahr 2000 intensivster Leistungssport. Jetzt, da gab es viele Füh und Wider. Bisher die geilste Zeit meines Lebens, weil ich einfach so viel erlebt habe und so viel auch mich kennengelernt habe dadurch. Und viel um die Welt gekommen bin, viele Menschen kennengelernt habe. Hochs und Tiefs erlebt habe, gelernt habe.